Hey meine Damen und Herren, nein beziehungsweise nur Herren, weil ich kann, na egal, ähm, Entschuldigung, ähm, ja, heute sollten wir mal wieder Mode & Strike, ja, und heute hatte ich vor mit euch, ich habe ja letztes Mal, äh, Team Deathmatch gespielt, also das jetzt, heute wollte ich mal, äh, Hardcore spielen, ähm, mit doppelten Schaden von Waffen, ja, dann lass uns mal loslegen, eigentlich müsste es eine neue Map geben, okay, wenn ich den Sound jetzt lauter stelle, Leute, müsstet ihr einen Kichern hören, so, nehme ich dir diese Regel, die tut ganz und weh dann, come here, Headshot Loll, das ging schnell, Hier unten seht ihr, ich habe mein Logo ein bisschen verletzt, hier das kleine Ding da unten, so, ich hoffe es, es passt jetzt mehr zum hier Profilbild, Den da hinten seh ich doch, ey Wichser, noch nicht tot, Loll, er hat einfach mit C4 weggespringt, nice, Oh Gott, ein bisschen lecken, kann, kann ja mal, kann man mal machen, Scheiße über den Leger, Okay, das war C4, okay, 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 da war was Neues, So langweilig wird das hier nicht, so, so, Okay, dafür brauche ich jetzt echt, ich bin so bildgewirr, ich habe versucht das C4 wegzumachen und ich glaube das wird schon wieder so eine ganz langweilige Runde, Zumindest seh ich dann wie lange ich auf mir schaue, Jacotapa 3 Tapitri oder so, Wo ist denn der Kerl eigentlich? Okay, Läuft, gleichzeitig gekillt, Wir sehen uns dann gleich bei einer anderen Runde, Sofort fahren, Da wären wir wieder in der anderen Runde, Oh mein Nacken, ey, ich sitz hier so scheiße, So, haben wir doch schon gleich viel mehr Blindengranaten, Ob er die mir nichts prägt, weil ich so, Das eiskalter Bastard, weißt du das? Oh, das ging schnell, Bis habe ich jetzt endlich mal einen Kill gemacht, Mäh, Mäh, Entschuldigung, Ich, 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 Ich komm mir mit nicht klar, Mann, Nimm das Bild weg, Headshot, Okay, Gegen eine C seit 80 habe ich keine Chance, Vor allem mit Visier, Überfreit man nicht, Ich glaube das ist meine schlechteste Runde, Bisher, Ja, Also, Blablabla, Blablabla, Das ist nämlich, Dies hört ihr, Paggie aus, Hi, Und, Ja, Entschuldigung, Wird gerade unterbrochen, Ist einfach ins Zimmer gekommen, So, Nach der Pause ging es ja weiter, Entschuldigung, Das ist ein bisschen länger, Für mich hat es ein bisschen länger, So, Wie auch immer, Spielen wir mal ein Deathmash, Darum bin ich, Scheiße, Und dann seht ihr mal meine schlechteste Runde, Schlech, 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 Schlechteste Runde meines Lebens, Bisher, Ein Kill hatte ich nur, Bisher, Dann nehmen wir mal die, Hippie 9, Mäh, Gö, Ging mir scheiß Rotflinte, Näh, Na guten Tag, Noch 440 AP, Du Wichser, Endlich, Oh, Wo kommst denn du her? Alter, Wo kommt der her? Ich weiß nicht, Was das jetzt bringen soll, Was ich mache es? Vielleicht nehme ich mal die UCD, Weit. Lohle, Lohle, Ah, Ich bin müde, Ich hab kein bock dieses Video zu schneiden, Bitte Lohle, Ey, Kuhu, Lohle, Ja, Ich bin, Definitiv, Ich bin letzter, Hm, Hm, Also was, Ah, Good night.